Ja, moin liebe Borussen-Fans, super, dass ihr heute wieder dabei seid. Wie ihr seht, wieder zurück im alten Setup, war ein riesiges Wochenende. Nicht nur die drei Punkte eingesammelt, auch die 3000 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Lasst gerne heute nochmal ein Abo und ein Like da, dann sind die fünf nicht mehr weit. Und jetzt starten wir rein. Ja, also kurz nochmal zum Hoffenheim-Spiel. Ich bin rundum zufrieden, ihr habt es ja auch in meiner Analyse gesehen vom Spiel. Drei Punkte sind das Wichtigste, auch gerade wenn man 70 Minuten in Überzahl spielt. Jetzt startet sozusagen die Vorbereitung auf Schalke, Hoffenheim ist abgehakt. Aber ich würde erstmal nochmal mit den Vertragssituationen starten, bevor wir aufs Schalke-Spiel kommen so ein bisschen. Hofmann und Plea haben jetzt verlängert, beide bis 2025. Dafür nochmal riesen Respekt an Rollo. Das ist ein super Zeichen von den beiden. Wahrscheinlich wird es eine Ausstiegsklausel geben. Darüber ist jetzt noch nichts berichtet worden. Genau, und Sky hat dazu jetzt auch nochmal berichtet. Ich glaube sogar heute. Ich gehe mal gerade drauf. Warum die verlängert haben? Anscheinend gab es auch nicht richtige Angebote für die. Also gab wohl keinen richtigen Markt. Also von den Top-Clubs, das was sie sich erwartet haben, lagen wohl keine Angebote vor. Das haben sie aber auch dann selber zuzuschreiben wegen der letzten Saison. Aber ich finde es super, dass die beiden Jungs verlängert haben. Ich will auch gar kein Haar in der Suppe suchen. Wird wahrscheinlich eine Ausstiegsklausel geben, aber so werden sie auf jeden Fall, wenn sie eine Bombensaison spielen, für eine gute Ablöse gehen. Wenn überhaupt. Und Wirkus hat dann auch nochmal im Interview mit Hofmann gestern gesagt, dass er nichts raushauen wird. Er arbeitet im Hintergrund. Und bis jetzt macht Wirkus wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Das darf man natürlich den Steffen Corell nicht vergessen, der da auch noch im Hintergrund sehr, sehr viel macht. Ich bin zuversichtlich, dass Sommer und Thüram die nächsten sind, die verlängern werden. Hoffentlich macht das einer noch diese Woche. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und bei Benze Baini, ich glaube, da wird ein großer Markt für da sein. Ich würde mir eigentlich wünschen, nach dem Auftritt am Samstag, dass er eventuell doch bleiben würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass das noch ein Abgang sein wird, um Geld zu generieren. Um auch mögliche Neuzugänge einfach zu ermöglichen. Dann nochmal zum Schalke-Spiel. Ich habe mir das Spiel von Schalke am Sonntag komplett angeguckt gegen unseren Rivalen aus Köln. Schalke war eigentlich für mich die ersten 20 Minuten bis zu dem Salazar-Tor, das aberkannt wurde, die bessere Mannschaft. Dann gab es die rote Karte, die sehr, sehr strittig ist. Ich glaube, der Schiri hat einfach kein Gefühl gehabt für Fußball gegen Drechsler. Der wird dann ausfallen gegen uns. Aber ansonsten war klar, dass Schalke dann unterlegen ist, hat dann auch verdient 3-1 verloren. Aber ich glaube, dass wir einen deutlich stärkeren Kader haben als Schalke. Wenn ich mir die beiden mal nebeneinander stelle, sind wir eigentlich auf jeder Position besser besetzt. Aus meiner Sicht. Die Stimmung wird auf Schalke natürlich bombastisch sein. Da wird es wichtig sein, glaube ich, früh ein Tor zu schießen, um ein bisschen so den Stecker zu ziehen. Und dann das Ding langsam nach Hause zu fahren. Dazu aber morgen mehr. Wichtig ist jetzt noch die Personallage. Schauen wir mal rein. Da hat sich Fraulo heute im Training verletzt. Der wird wohl am Wochenende ausfallen. Oskar Fraulo. Sieht mir nach einer Oberschenkelverletzung aus. Weiß man jetzt noch nicht mehr genaueres. Neuhaus und Hofmann, die waren gestern nicht dabei. Hofmann hatte Probleme mit der Wirbelsäule. Neuhaus. Neuhaus hatte ein paar Schläge abbekommen im Spiel. Also Schläge im übertragenen Sinn im Spiel gegen Hoffenheim. Und ist jetzt auch wieder dabei heute ins Training. Gute Nachrichten sind auch friedlich. Und Luca Netz ist nach seiner malen Darminfektion wieder zurück. Also werden gegen Schalke wahrscheinlich nur, so sieht es aus, Fraulo und der Capitano Stindl fehlen. Das ist schon mal sehr gut. Also da können wir fast mit voller Kapelle anreißen. Dann wird bei Borussia jetzt auch Energie gespart. Also für alle, die am Borussia-Park wohnen und gewöhnt sind, dass der Borussia-Park täglich im Grün erleuchtet. Das wird nicht mehr so sein. Der wird nur noch an Spieltagen jetzt erleuchtet werden. Aufgrund des Gas-Notfall-Plans spart Borussia jetzt Energie. Das hat Schippers so angekündigt. Werden auch weitere Maßnahmen kommen. Photovoltaik über den ganzen Parkplatz. Wird ja auch in Bürogebäuden weniger Licht geben. Die Temperatur wird gesenkt. Finde ich gut, dass Borussia da ein Statement setzt. Ja, also das nur noch für News, für Leute, die am Borussia-Park leben. Da wird sich was verändern. Dann hat Gladbach ein Angebot für UNO-Rat abgegeben von Brest. Das wurde abgelehnt in Höhe von 8 Millionen Euro tatsächlich. Da fordert Brest tatsächlich mehr. Also er hat 10 Millionen Mark. Darauf wird sich die Sache dann wahrscheinlich auch belaufen. Ist jetzt noch unklar, ob Gladbach nochmal ein Angebot macht oder nicht. Oder ob wir auf eine Verpflichtung erstmal verzichten von UNO-Rat. Ja, wie gesagt, Angebot wurde wohl abgelehnt. In Quelle ist Amazon Prime, hat das berichtet. Prime Video. Und 90 Minutes hat nochmal heute einen rausgehauen, dass wir immer noch an Gasama interessiert sind von PSG. Das Gerücht hält sich tatsächlich schon lang. Ist ein 18-jähriger Jugendspieler von PSG. Hat nur noch Vertrag bis nächstes Jahr. Hat eine gute UC gespielt. Wir können uns den Spieler auch gerne mal angucken. Also hier sind die gesamten Transfergerüchte. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wie gesagt, 18-Jährige. Hat ein League-Earspiel erst gemacht. Sein Vertrag endet allerdings nächstes Jahr. Wäre eine Ergänzung für den Kader auf jeden Fall. Aber er würde uns wahrscheinlich jetzt in der Phase noch nicht direkt weiterbringen. Da würde ich dann schon noch eher einen UNO-Rat bevorzugen. Der halt schon wirklich in der League irgendwas gerissen hat. Und ansonsten gibt es hier noch jegliche Gerüchte. Bei Bellio hat man länger nichts mehr von gehört. Aber das muss ja nicht immer ein schlechtes Zeichen sein. Also die Zeichen, also wie gesagt, Verwechselwahrscheinlichkeit 70%. Ich würde ihn super gerne bei uns sehen. Der ist einfach ein komplett anderer Typ mit 1,95. Den stellst du vorne rein. Und der kann auch mal auf eine andere Art und Weise ein Tor schießen. Das hatten wir gegen Hoffenheim auch so ein bisschen. Wir haben uns die Tore sehr, sehr gut rausgespielt. Also gut, das 1-0 war nach einer Ecke. Das 2-1 von Thuram war ein sehr, sehr guter Schnittstellenpass. Und das 3-1 von Elvedi war ebenfalls eine sehr, sehr gut vorbereitete Zuckerflanke von Plea in die Schnittstelle. Auch eigentlich so über die Abwehr drüber in die Schnittstelle. Aber so könnten wir mit Bellio auch noch mal einen, der wirklich in der Box steht. Und auf den du auch mal eine Flanke direkt schlagen kannst. Der ein Kaufbeier-Duell gewinnen kann. Wie gesagt, das wäre tatsächlich so mein Favorit. Ich hoffe, der kommt die nächsten Tage. Muss man auch abwarten, glaube ich, noch was mit Benze Baini passiert. Ob der jetzt noch verlängert oder bleibt oder geht. Das wird spannend zu beobachten sein. Und genau, die Jungs sind auch fröhlich im Training. Ich habe mal bei Thuram in die Story geguckt. Er hat hier ein Sprint-Duell gewonnen. Gucken wir gerade mal rein. Ist wahrscheinlich auch unser schnellster Spieler, gehe ich mal von aus. Zack, wohin abfährt. Der Junge scheint motiviert zu sein. Genau. Also das sind so die aktuellen News. Ich bin gespannt, was kommt. Wie gesagt, morgen starten wir dann mit den neuesten Infos von der PK. Mit den richtigen Vorbereitungen auf das Schalke-Spiel. Und für die, die neu dazugekommen sind, noch mal kurz unseren Discord. Wie gesagt, hier gibt es alles über Borussia. Wir sind, glaube ich, schon fast, ich würde sagen, 500 Leute. Hier wird diskutiert. Ihr könnt Fahrgemeinschaften bilden, Tickets austauschen. Ja, hier werden über Transfers diskutiert. Alles wirkt wirklich auf einem sehr höflichen Ton. Also, ich habe da auch super Moderatoren. Falls da mal irgendein Kommentar dabei sein sollte. Was nicht okay ist, könnt ihr, ja, wie gesagt, wird das gelöscht. Im Notfall muss der Schuldige dann auch vom Server verbannt werden. Das wird alles kontrolliert. Also, hier könnt ihr euch super austauschen. Auch morgen zur Pressekonferenz tauschen wir uns wieder aus. Das ist wirklich eine super Sache. Was ihr dafür tun müsst, einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Wenn ihr die App noch nicht habt, ladet ihr euch runter. Entweder auf euer Handy oder auf eurem Browser oder Website. Und dann könnt ihr mitmachen. Wie gesagt, Link zum Download von der App lade ich euch runter. Und den Einladungslink, damit ihr auch in meinen Server kommt, stelle ich euch auch unten hin. Und es ist wieder bergfest. Ich wünsche euch eine super Restwoche. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.